Patrick, Servus. Servus. Was hast du mir da mitgebracht? Einen ausgewachsenen Oregano, oder was ist das? Nein, ich habe dir ein Basilikum mitgebracht. Basilikum ist wie weiter mit der Pfefferminze. Da gibt es dutzende Arten und es gibt zwei Hauptarten. Die einen kommen aus der Region Indienasien und die anderen aus dem mediterranen Raum. Das ist ein italienischer Basilikum aus dem mediterranen Raum. Erkennbar an diesen Blättern, die sich leicht bewegen, größer als die asiatischen Basilikums. Weil den wir eigentlich immer bei uns haben bzw. der bei uns gepräugelt ist, der hat die komplett glänzende Blätter, ist auch runder, schaut ganz anders aus. Aber nur, den wir haben, der ist im Geschmack eigentlich nussig. Ist der auch nussig? Ich denke nicht. Ist nicht vergleichbar. Nicht so nussig, nein. Er schaut fast so aus. Aber kann das auch sein, dass der wirklich in Richtung Oregano geht? In welche aromatische Richtung geht der Basilikum, den du mitgebracht hast? Er ist pfeffrig. Ich glaube, das haben alle Basilikums an sich. Grüne Noten, pfeffrig. Wofür würdest du ihn generell verwenden, wenn es um einen Grossober geht? Von Küche zu Spirodosen? Ja, Küche und Küche ist das eine. Das sind sicher alle Sachen, die eher aus der kalten Küche kommen, kombiniert mit anderen Gewürzen. Der Klassiker ist ja Caprese, das italienische Gericht, die Tomaten mit dem Basilikum. Hast du das gemeint? Ja, vor allem in der kalten Küche. Es geht darum, der Basilikum ist sehr empfindlich gegen Hitze. Also, sobald ich ihn unter Hitze habe, dann wird er bitter, dann verliert er diese frische. Beim Caprese hast du den zwischen den Tomaten und dem Käse und dann bleibt er sehr frisch. Da kommen die frischen Komponenten durch. Welches Destillat würdest du dazu empfehlen in der Verbindung? Das ist schwierig, weil er ist ja sehr intensiv. Ich habe mir da Gedanken gemacht, aus deinem Portfolio, das du hast, eine Himbeere gewählt und zwar Himbeere mit einem Basilikum Mais. Perfekt ist das er. Wie perfekt passt dieser Basilikum zu unserer Kräuterampel, zu den einzelnen Spirodosen davon? Sehr gut, sicher beim Gin. Es gibt Gin-Sorten, die gehen richtig in die Basilikum-Seite, beim Absinne denkbar und als Aromageber beim Bitter. Patrick, danke wieder. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Danke.